Liebe Zuschauer, es gibt ganz genau einen Ort, bei dem gute Laune ungefähr so selten ist wie Sand am Nordpol. Das ist der Stau. Aber das könnte sich ganz schnell ändern. Es gibt einen neuen Trend und zwar Autobahnkonzerte. Eine Band spielt mitten im Stau. Statt wie alle anderen genervt im Auto zu sitzen, packen die eben ein paar Instrumente aus und sorgen für richtig gute Stimmung. Stau-Party mitten auf der A9 kurz vor Berlin. Ein defektes Auto bringt gestern Abend den Verkehr vollkommen zum Erliegen. Grund genug für die jungen schwäbischen Blasmusiker, der Band Erpfenbrass, ein exklusives Autobahnkonzert zu geben. Weil wir im Stau stehen und jetzt ansonsten nichts geht und wir haben die Instrumente dabei. Und wir lieben es einfach Musik zu machen und die Leute zu unterhalten. Und ich glaube, alle haben hier eine gute Stimmung und deswegen machen wir das. Und zur guten Stimmung gehört nicht nur Musik, da dürfen ein kleiner Schnaps und ein paar dankende Worte ans Staupublikum nicht fehlen. Also ihr seid das beste Publikum, das wir hier jemals haben. Ich bin besonders schön, ihr könnt gar nicht abhauen. Das stimmt, allerdings nur 15 Minuten. Plötzlich ging es ganz schnell. Dann hieß es statt Blasmusik Laufschritt Marsch.